So, willkommen zum, ja, ich glaube, 27. Teil von meinen Vlogs aus dem Urlaub. Ja, wo sind wir da nicht gerade? Das ist die Frage, ne? In Ungarn, auf dem Weg nach Deutschland zurück. Das ist jetzt Ungarn. Das ist gerade wie viel über? Ich weiß es gar nicht. 14 Uhr? Ne. Doch, 14 Uhr. Ich denke schon. Das Video wird auch direkt hochgeladen. Das heißt, ja, weil ich habe hier natürlich Internet. Hier sieht man es. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten. Ich laufe mal rückwärts. Ich hoffe, dass kein Auto kommt. M6. Genau, da wird es dann weitergehen. Jetzt noch nach, also jetzt noch nach Briecheburg-Budapest. Dann Österreich rein, Wien, Deutschland rein, Nürnberg, Würzburg. Aschaffenburg, Frankfurt, und so weiter, ne? So. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen kommt nochmal ein Abfluss-Vlog, 28. Teil. Da werde ich dann schon zu Hause sein. Und ja. Bis dann, was ist denn? Ciao. Auf den nächsten Videos und nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.